Dann würden wir mit der Tagesordnung beginnen, wenn Sie einverstanden sind, wenn nicht auch. Der Punkt 57 ist die Aktuelle Stunde der FDP. Politische Quarantäne des Wirtschaftsministers beenden. Unsere Wirtschaft braucht jetzt einen aktiven Fürsprecher. 2028,18 beginnt der Kollege Dr. Naas, FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die hessische Wirtschaft steckt in ihrer größten Krise seit Gründung unseres Bundeslandes mit derzeit über 700.000 Menschen in Kurzarbeit. Doch unser Wirtschaftsminister scheint sich in politischer Quarantäne zu befinden. Wir hören von ihm so wenig in Sachen Wirtschaft. Wenn ich mir die Pressemitteilungen aus dem Ministerium so anschaue, dann lese ich über neue Radwege in Bad Salz-Schlirf und Biebesheimen. Ich lese über 20 neue barrierefreie Reiseziele in Hessen, Lärmausgleich für Mehrfelden-Walldorf, wohnen über dem Supermarkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Internetseite im Wirtschaftsministerium ist die grüne Welt noch in Ordnung. Tourismus, Radfahren, Bekämpfung des Fluglärms, von Wirtschaftskrise keine Spur. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich sage gleich noch etwas zum Radverkehr, Herr Kollege Frömmrich. Zwei kleine Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung stören so ein bisschen die heile Welt. Und nicht zu vergessen, dann natürlich zehn Erfolgsmeldungen zur Auszahlung der Soforthilfe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns gleich vorwegzunehmen, Hessen hat wie alle Bundesländer Soforthilfen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Das ist notwendig. Entschuldigung, das ist aber auch Standard in Deutschland. Wir streiten noch über die Höhe, und wir streiten über die Voraussetzungen. Kollege Frömmrich, nichts gegen Radwege. In der Tat, wir haben gestern dazu sogar Gesetzentwürfe vorgelegt. Wir haben Vorschläge gemacht. Aber jetzt geht es um mehr. Jetzt geht es nicht mehr um grüne Wohlfühlthemen, sondern um das Rückgrat unserer Wirtschaft. Tausende oder Tausend kämpfen um ihre Existenz. Was sagt der Minister im Ausschuss? Wir warten einmal, was der Bund macht, und schauen dann. Dann stocken wir wieder ein bisschen auf, kleben den Hessenlöwen drauf. Das Ganze wird uns wahrscheinlich dann wieder als Besonnenheit verkauft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Minister, Sie setzen die Prioritäten falsch. In 65 Pressemitteilungen Ihres Hauses seit dem Shutdown gibt es nicht eine Bühne zur Wirtschaftspolitik nach der Corona-Krise. Was tun Sie für Hessens Wirtschaft? Was haben Sie vor? Schauen wir uns einmal die größten Arbeitgeber in Hessen an, allen voran die Lufthansa mit 37.000 Beschäftigten. Die Gesellschaft kämpft um ihr Überleben. Wo ist da der hessische Wirtschaftsminister? Ich höre nichts von Ihnen. Zum Glück haben wir noch den Ministerpräsidenten. Denn er ist auch eindeutig der bessere Wirtschaftsminister derzeit. Völlig richtig sagt er, sachfremd sind die Forderungen der EU. Sie schaden dem Luftverkehrsstandort. Die Lufthansa darf keine wertvollen Staat- und Landerechte in Frankfurt verlieren. Richtig, recht hat der Ministerpräsident. Herr Minister, Sie rühmen sich letzte Woche noch 20 neue Reiseziele in Hessen barrierefrei gemacht zu haben. Ich frage mich, wie sollen die Touristen dort hinkommen? Hessen ist ein Transitland, ein Messeplatz. Aber Vorschläge von unserem Superminister, Hilfen für die Bahn, für die Busunternehmen, für die Messe, Fehlanzeige, täglich rufen Messebauer an und fragen, wann sie loslegen können. Aber Sie freuen sich jetzt, dass zumindest die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr stattfindet. Ja, und ich weiß die vielen Hintergrundgespräche, die Sie führen. Die IAA haben Sie aber schon für Hessen verloren. Wenn Sie nicht bald die Frankfurter Messe aufmachen, wird der Rest auch noch gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zur Fraport, dem Herzmuskel der hessischen Wirtschaft, allein 20.000 Arbeitsplätze. Frau Hinz freut sich über den Rückgang von Emissionen. Weniger Lärm und Hektik habe ich jetzt gelesen. Immer diese Hektik auf dem Flughafen. Was haben Sie, Herr Minister, für die Öffnung des Frankfurter Flughafens getan? Ich meine jetzt nicht die Cargo-Situation, ich meine jetzt nicht die Hilfslieferung, sondern ich meine den echten Passagierverkehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, letztes Beispiel. Sie hielt noch letzten Freitag eisern, Herr Minister, an der Fünf-Quadratmeter-Regel fest. In der Gastronomie als einziges Bundesland 186.000 Beschäftigte in 18.000 Betrieben. Der Kollege Pentz hat es dann letzten Dienstag abräumen dürfen. Es war die allererste Meldung, dass Hessen diese Fünf-Quadratmeter-Regel zum Glück fallen lässt. Zum Autogipfel muss man sagen, letztes Beispiel ist Hessen erst gar nicht eingeladen worden, trotz Opel und Volkswagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Hessen wird auf Bundesebene hier schlicht ignoriert. Kommen Sie endlich aus Ihrer politischen Corona-Quarantäne. Sagen Sie endlich, wie Sie die hessische Wirtschaft aus der Krise führen wollen. Der bayerische Wirtschaftsminister hat Vorschläge vorgelegt. Baden-Württemberg hat ein Rahmenkonzept für den Beteiligungsfonds auf den Weg gebracht. NRW zehn Impulse der Landesregierung für die Stärkung der Konjunktur in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Sie schweigen. Dabei gibt es Vorschläge vom DGB und der VHU. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rebhuhn-Projekte helfen uns jetzt nicht weiter. Es geht um die Rettung der Lufthansa, die Öffnung des Frankfurter Flughafens, den Kampf um jeden Arbeitsplatz, um die Stärkung des Wirtschaftswachstums, das Investitionsklima zu verbessern und natürlich die Bürokratie abzubauen. Wir merken einmal mehr, Hessen kann mehr. Die GRÜNEN können zwar Wohlfühlthemen, aber keine Krise. Hessens Wirtschaft braucht jetzt einen aktiven Fürsprecher. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. – Das Wort hat Frau Abg. Kaya Kinkel, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Keine Frage, die Situation der Wirtschaft in Hessen ist und bleibt angespannt. Konjunktureinbruch, Umsatzverluste, Unsicherheiten und dann ein globaler Nachfrageeinbruch. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass wir alle und vor allem auch die Unternehmen die wirtschaftlichen Folgen von der Corona-Krise noch länger spüren werden. Die IHK Hessen hat zur wirtschaftlichen Situation bei ihren Mitgliedsunternehmen eine Umfrage gemacht. Wenn man sich die genauer anschaut, dann zeigt sich neben all diesen beunruhigenden Nachrichten aber auch ein etwas optimistischeres Bild, nämlich je mehr Lockerungen umgesetzt werden, desto positiver wird die Zukunftsaussicht. Das heißt, in der akuten Krise im März haben über die Hälfte der Unternehmen massive Umsatzrückgänge für das Jahr 2020 erwartet. Im Mai dagegen, als die ersten Öffnungen kamen, ist das auf knapp 40 % zurückgegangen. Ja, das sind immer noch viele, und das erfordert natürlich auch weitere Hilfen. Aber positiv ist, dass sich die wirtschaftliche Lage durch die Öffnungen und durch die Lockerungen für viele wieder verbessert hat und vor allem, dass die Hilfen der Landes- und der Bundesregierung die gesamtwirtschaftliche Lage zumindest stabilisieren konnte. Natürlich ist es auch wichtig, dass besonders betroffene Branchen auch über den Mai hinaus, also über diese drei akuten Monate hinaus, fokussierte Unterstützung erhalten, zum Beispiel die Veranstaltungsbranche, die auch in absehbarer Zukunft keine Veranstaltungen, Großveranstaltungen und Konzerte mehr durchführen können, wie wir sie kennen, oder auch die Reisebusveranstalter, die zu Recht darauf aufmerksam machen, dass sie zu den besonders betroffenen Branchen gehören. Hier ist es wichtig, dass es passgenaue Hilfen gibt, dass es Unterstützung gibt. Ich bin gespannt, was der Bund da auf den Weg bringt, damit wir in Hessen dann sehen können, wo wir nachsteuern müssen. Denn die Beispiele aus Bayern und anderen Bundesländern zeigen bei den Soforthilfeprogrammen, dass es für die Unternehmen auf keinen Fall wertvoll ist, dass man immer nur die Ersten sind, sondern dass man bedacht und überlegt vorgeht. Herr Kollege Naas, vielleicht hätten Sie sich doch ein anderes Thema für die Aktuelle Stunde heute Morgen suchen sollen. Sie haben die letzte Plenarwoche über die Rebhühner gesprochen. Vielleicht wäre das etwas gewesen. Priska Inz hat auch ein tolles Sumpfschildkrötenprojekt auf den Weg gebracht. Aber Herr Dr. Naas, nicht jeder Corona-Fraktion Einer Karlauer eignet sich als Aktuelle Stunde. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, DIE LINKE und DIE LINKE Sie unterstellen dem Wirtschaftsminister nicht, aktiv zu sein. Das ist wirklich absurd. Das Wirtschaftsministerium hat innerhalb kürzester Zeit die Soforthilfen umgesetzt, aufgestockt, hat Liquiditätsprogramme aus dem Boden gestampft, Lockerungspläne, Öffnungskonzepte erarbeitet, Tag und Nacht gearbeitet, damit die Anträge dann möglichst schnell beschieden werden. Die Landesregierung hat mit dem Wirtschaftsminister intensiv gearbeitet, um einerseits so schnell wie möglich und andererseits so verantwortungsvoll wie nötig zu reagieren. Als Opposition ist es Ihr absolutes Recht, anderer Meinung zu sein oder uns auch falsches Handeln vorzuwerfen. Aber angesichts der offensichtlichen Fülle an Aufgaben, die hier in den letzten Monaten bewältigt wurden, ist es schlicht eine Dreistigkeit, hier nichts tun vorzuwerfen. Beifall Freie Demokraten und vereinzelt CDU, BÜNDNIS 902, SPD, DIE LINKE, DIE LINKE und DIE LINKE Anfang der Woche wurde bekannt gegeben, dass die 5-q-m-Regel für die Gastronomie aufgehoben wird. Vorher wurde die 800-q-m-Regelung für den Einzelhandel aufgehoben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es schrittweise und vorsichtige Lockerungen gibt. Das wird jetzt umgesetzt. Dabei beziehen wir natürlich auch die Forderungen der Branchen und der Verbände mit ein und handeln da nicht starrköpfig oder ideologisch. Denn genau so muss Politik auch funktionieren, gerade eben auch in Krisenzeiten, zuhören, abwägen, Entscheidungen treffen und dann auch diese Entscheidungen überprüfen. Wenn Sie sich hierhin stellen und behaupten, Sie hätten den Stein der Weisen gefunden, dann ist das schlicht Hofstapelei. Sehr geehrte Damen und Herren, es scheint sich wie ein roter Faden durch dieses Plenum zu ziehen, dass wir über die Verhältnismäßigkeiten der Corona-Maßnahmen streiten. Das ist auch völlig in Ordnung und wichtig für eine Demokratie. Herr Naas, ich habe Ihnen aber genau zugehört, und ich habe kein Wort von Ihnen zum Thema Infektionsschutz oder über die Gefahr einer weiteren zweiten Welle gehört. Corona ist ja nicht weg. Die Gefahr ist noch immer da, und wir sollten vor allem die Gefahr einer zweiten Infektionswelle nicht unterschätzen, weil, abgesehen von den verheerenden gesundheitlichen Folgen, die das mit sich bringen würde, auch viele Unternehmen würden einen weiteren Lockdown nicht überstehen. Deshalb gehört für einen aktiven Fürsprecher der Wirtschaft, so wie Sie es fordern, Besonnenheit im Handeln und damit den Schutz vor einer weiteren Ausbreitung voranzustellen. Frau Kollegin Kinkel, Sie müssen zum Schluss kommen. Genau diese Abwägung trifft die Landesregierung. Hessen bleibt besonnen. Hessen unterstützt die Wirtschaft in der Krise. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. – Das Wort hat der Abg. Andreas Lichert, AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen! Hessens Wirtschaft braucht jetzt einen aktiven Fürsprecher. So steht es im Antrag der FDP. Da würde ich einmal sagen, das stimmt. Dem braucht Hessens Wirtschaft und auch Deutschlands Wirtschaft wirklich. Wo soll denn dieser aktive Fürsprecher denn Fürsprache leisten? Soll er denn wirklich vom Staat kommen, liebe Freie Demokraten? Helfen der Wirtschaft wirklich mehr Pressemitteilungen? Ich finde, das klingt viel zu sehr aus der Filterblasepolitik für die Filterblasepolitik. Das hilft der Wirtschaft nämlich nicht. Nein, ich glaube nicht, dass er vom Staat kommen soll. Er soll eher zum Staat hingehen. Vielleicht ist das ja auch so gemeint. Es klang ein wenig an, dass Minister Al-Wazir und mit ihm die ganze Landesregierung doch bitte einmal in Berlin vorstellig werden soll. Das halten wir für eine richtig gute Idee. Denn in Deutschland und vor allem auf EU-Ebene gibt es nach wie vor eine ganze Reihe der Crazy-to-haves. Sie werden sich vielleicht noch erinnern. Die Crazy-to-haves sind Gesetze und Vorschriften, die de facto nichts bringen. Wohl aber Kosten und Aufwand in der Wirtschaft und in den Unternehmen verursachen, von einem gewissen Nervfaktor ganz zu schweigen. Ein gutes und schlechtes Beispiel für solche Friktionen sind z.B. die A1-Bescheinigung. Fragen Sie einmal die Unternehmer, was sie von dieser großartigen Einrichtung halten. Unternehmen sind nämlich verpflichtet, bei Auslandsreisen ihrer Mitarbeiter für diese ein solches A1-Dokument ausstellen zu lassen, mit dem einzigen Zweck, damit zu dokumentieren, dass die Mitarbeiter Mitarbeiter sind, sprich sozialversicherungspflichtig angestellt sind. Die Zielsetzung dahinter klingt natürlich ganz großartig und toll. Bekämpfung von Schwarzarbeit und Sozialdumping. Dagegen kann nun wirklich keiner etwas haben, aber die Umsetzung ist leider mittlerweile fast einer Katastrophe gleich. In Deutschland müssen Sozialversicherungsausweise und Ersatzdokumente eben nicht mehr mitgeführt werden. Nach deutschem Recht ist auch eine nachträgliche Beantragung, insbesondere bei kurzzeitigen und kurzfristigen Auslandsreisen, möglich. Sie sehen, das ist jetzt nichts, was konkret etwas mit Corona zu tun hat, sondern wir müssen auch an die Zeit danach denken. Diese Regelungen weichen aber von Zielland zu Zielland sehr stark ab. Das bedeutet, sogar bei stundenweisen Auslandsreisen müssen die Unternehmen jeweils prüfen, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind. Vergleichen Sie doch einmal diese Hürden und Friktionen mit dem Fetisch auf offener Grenze, wie ihn sonst hier getrieben wird. Ich hoffe, Sie werden den Widerspruch erkennen. Deutschland kann aber auch Spitze sein, z.B. beim Strompreis. Gemäß der Strompreisanalyse des BDEW pendelten die durchschnittlichen Strompreise 2013 bis 2018 um etwa 29 Cent. Jetzt haben wir das zweite Jahr in Folge die Schallmauer von 30 Cent durchschlagen. Wir liegen bei 31,4 Cent. Weniger als ein Viertel dieses Preises entfällt dabei auf Beschaffung und Vertrieb. Das bedeutet, auch gewerbliche Kunden mit höheren Einkaufsmengen müssen trotzdem diese hohen Preise bezahlen. Das bedeutet, dass auch gerade die kleinen und mittleren Unternehmen von diesen höchsten Strompreisen in Europa betroffen sind. Das ist ein glasklarer Wettbewerbsnachteil. Der Durchschnittsstrompreis in der EU liegt nämlich gerade einmal bei 20,5 Cent. Deutschland liegt also mehr als 50 % darüber. Das setzt einen ebenso glasklaren Anlagereiz für Produktionsverlagerungen. Das kann wirtschafts-, sozial- und auch, ich betone, umweltpolitisch niemand hier in diesem Hause wollen. Meine Damen und Herren, wir haben hier schon hinlänglich über den sogenannten Klimaschutz diskutiert. Ich bin sicher, wir werden das auch weiterhin tun. Der Wirtschaftsminister musste zwar mit einem gewissen Zähne knirschen, aber dann doch meiner Bierdeckelrechnung zustimmen, dass die Kosten für die vermiedenen CO2-Emissionen in Deutschlands Stromproduktion beim Zehnfachen dessen liegen, was diese Emissionen an der Börse in Form von Zertifikaten kosten. Aber wir alle wissen, Klimaschutz und Energiewende sind heilige Kühe geworden. Kritik daran ist blanke Heresie. Aber dann füttern Sie doch bitte Ihre heiligen Kühe auch am Steuertrog, und nicht über Umlagen, die alle Stromkunden gleichermaßen belassen. Die Abschaffung der EEG-Umlage würde die unsoziale Umverteilung von unten nach oben wenigstens mildern und könnte die Strompreise um ca. 20 % sinken. Das haben sogar die Bundesgrünen gemerkt. Tatsache, die fordern nämlich eine Absenkung der EEG-Umlage um 5 Cent. Daher ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur vollständigen Abschaffung und zur Steuerfinanzierung. Damit ließe sich die starke Erhöhung der EEG-Umlage, die sich schon abzeichnet, besser kaschieren. Ich komme zum Schluss. Aber das wäre doch einmal eine richtig spannende Situation. Die GRÜNEN, die Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände und die AfD in dieser Frage auf einer Linie. Das wäre doch einmal eine echte Innovation. Vor allen Dingen wäre das aber auch eine echte Entlastung für die Unternehmen, und die brauchen wir. Schaffe, nicht schwätze, ist die Devise der Stunde. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Lichert. – Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor der Krise haben wir alle, wie ich finde, zu Recht gesagt, Hessen ist ein wirtschaftsstarkes Land. Wir müssen nun unseren Beitrag dazu leisten, dass dies auch nach der Krise der Fall ist. Nach den Soforthilfen geht es jetzt in der Tat darum, was wir als öffentliche Hand, was wir als Politik auch dafür tun können, damit Wirtschaft wieder ins Wirtschaften kommt. Das muss unser Ziel und unser Antrieb sein. So sichern wir Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Zukunft in unserem Bundesland, meine Damen und Herren. Die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden wollen im Kern keine Hilfe, sie wollen Aufträge und Beschäftigung. Dazu Impulse zu setzen, Wege aufzuzeigen, wohin wir uns wirtschaftlich entwickeln wollen, das ist das Gebot der Stunde. Nicht zurück in eine Normalität vor der Krise, sondern in eine Wirtschaft, die aus der Krise gelernt hat. Genau in dieser Situation entpuppt sich jemand im Landeshaus in Wiesbaden zum großen Schweiger der Landespolitik. Sonst nicht zu seiner Art legt Wirtschaftsminister Al-Wazir eine bemerkenswerte Zurückhaltung an den Tag. Wirtschaftsstandort Hessen der Zukunft, das wäre doch jetzt die Zeit, deutlich zu machen, wohin die Reise gehen soll. Ja, Herr Kollege Naas, nicht nur bei der Luftverkehrswirtschaft, als bei der Lufthansa, da habe ich sein Engagement vermisst. Wo ist denn die hessische Stimme in der Debatte als das Bundesland mit der größten Betriebsstätte Deutschlands, dem Frankfurter Flughafen? Das gehört doch ins Pflichtenheft eines hessischen Wirtschaftsministers, meine Damen und Herren. Gleiches, Herr Minister, in der Frage nach der Zukunft des Automobilstandorts in Hessen. Für uns ist Hessen ein wichtiger Automobilstandort. Opel und VW, klar, aber auch die vielen Zulieferbetriebe hier. Kein Wort dazu, wie Sie sich die Zukunft des Automobilstandorts Hessen vorstellen und was wir konkret dafür tun und fordern müssen, damit auch die Automobilindustrie zu einer Branche wird, die aus der Krise gelernt hat. Aber auch da schweige Mönch statt Gestalter. Herr Minister, Sie sind doch sonst nicht bekannt für überzogene Demut und Zurückhaltung. Wo sind denn einmal in Ihrem Sinne, sich klar im Interesse der hessischen Wirtschaft positionieren? Da schweigen Sie und verstecken sich hinter dem Bund. Das wurde angesprochen. Nein, Herr Al-Wazir, immer nur auf Berlin zu warten und zu zeigen, was dort passiert, ist einfach zu wenig. Wo wollen wir in Hessen konkret fördern und unterstützen? Die Inhalte und Themen zu benennen, das kann man jetzt schon. Niemand hindert Sie daran, ein Förderprogramm für Soloselbstständige in Hessen aufzulegen. Niemand hindert Sie ebenso daran, eigene wirtschaftspolitische Impulse zu setzen. Eine Wirtschaft, die aus der Krise gelernt hat, fällt eben nicht vom Himmel. Dazu braucht es unsere Anreize, klare soziale, ökologische und energiepolitische Aspekte, Leitplanken, die wir setzen müssen und Anforderungen formulieren, wohin die Reise zu gehen hat. Bei unseren Wirtschaftsförderinstrumenten angefangen, bei denen wir Tarifbindung und Mitbestimmung unterstützen, bei denen wir klarmachen, dass wir Beschäftigung fördern und nicht explizit prekäre Beschäftigung meinen. Wer sich als Unternehmer so verhält, der hat in unseren Augen ohnehin einen wirtschaftlichen Vorteil für sein Unternehmen, mit einem Bonussystem in der Wirtschaftsförderung würden wir dies noch verstärken. Bei der öffentlichen Nachfrage braucht es die Ansage der Unterstützung der Kommunen, denn dort wird investiert. Da muss man sich auch aus wirtschaftspolitischer Sicht, Herr Minister, den Ministerpräsidenten ins Gebet nehmen. Wenn diese aus rein parteitaktisch motivierter Ablehnung von Bundeshilfen für Kommunen verkündet, Herr Minister, auch das wäre für die Wirtschaft in Hessen wichtig gewesen, denn vor Ort wird investiert. Dort brauchen Sie den Freiraum für Investitionen in unsere Schulen, in die soziale Infrastruktur in der Fläche, im großen Feld der Digitalisierung. Da hat gerade dort die Krise unglaubliche Herausforderungen aufgezeigt und schonungslos offengelegt. Das geht nur gemeinsam für die Kommune und das Land. Deswegen ist das sehr ernst gemeint. Wo bleibt Ihr hessischer Ansatz für Konjunkturimpulse, für unsere Wirtschaftskluster in Hessen, für die vielen KMUs, die eben nicht jeden Tag durch die Presse gehen, wenn es wirtschaftliche Probleme gibt? Hier braucht es Impulse und Anreize für Handwerker und Wirtschaft vor Ort. Sie wollen Aufträge und Arbeit, und wenn die Privatwirtschaft da nachlässt oder ausfällt, dann muss der Staat Nachfrage organisieren. Von Ihnen, Herr Al-Wazir, höre ich da nichts. Auch wenn man hier mit dem Koalitionspartner kuschelt, kann man sich in bundespolitischen Debatten im Interesse der hessischen Wirtschaft und ihrer Beschäftigten werfen. Wenn die Union mit ihren völlig vorgestrigen Ideen mit der Absenkung des gesetzlichen Mindestlohns um die Ecke kommt oder manche Konservative meinen, dass man Umweltschutz und Klimastandards schleifen müsse, um die Wirtschaft anzukurbeln, wo bleibt da der hessische Wirtschaftsminister, der deutlich macht, wir brauchen Nachfrage und Konsum, wir müssen Umwelt- und Klimaschutz richtig gemacht als ein Wirtschaftsförderungsprogramm verstehen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD und vereinzelt SPD, DIE LINKE, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD und DIE LINKE Nein, meine Damen und Herren, Sie schweigen auch da viel zu viel. Nicht die übliche Eigen-PR, die wir kennen, sondern echte eigene inhaltliche Impulse. Das ist Ihre Jobbeschreibung. Das wäre Ihre Aufgabe. Sie verstecken sich bei allen Debatten hinter dem Bund, tun fast so, als könnten Sie selbst nichts tun, und eigene Ideen hört man gar nichts. Nein, Herr Al-Wazir, Wirtschaftsminister muss man nicht nur wollen, man muss es auch können. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und DIE LINKE Vielen Dank, Kollege Tobias Eckert. Bevor wir weitermachen, die Masken sind wieder hier. Ich will mich beim Kollegen Wintermeyer bedanken. Das zeigt, die Landesregierung kann schnell handeln. Wer da etwas haben will, kann das hier bekommen. Frau Kollegin Wissler darf, wenn sie möchte, den nächsten Beitrag. Na gut, dann mach doch. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen ist auf dem Weg aus dem Lockdown. An anderer Stelle haben wir bereits die Prioritäten und die Reihenfolge kritisiert, mit denen das geschieht. Autohäuser, Shoppingmalls und Bundesliga machen weiter, während Kitas und Schulen geschlossen bleiben. Die lauteste und mächtigste Lobby bekommt die schnellsten Lockerungen und die größten Hilfspakete. Der Verkäufer und die Friseurin müssen wieder zur Arbeit gehen, ohne dass es eine verlässliche Kinderbetreuung gibt, und viele dazu mit Angst, weil sie Säden oder Angehörige zur Risikogruppe gehören. Nein, die Krise ist nicht vorbei, noch lange nicht. Sehr viele Menschen sind noch mittendrin, noch in Kurzarbeit mit großen Einkommenseinbußen, mit einem geschlossenen Betrieb oder einem, der sich wirtschaftlich gerade überhaupt nicht betreiben lässt. Viele Menschen häufen immer noch Tag für Tag größere Schulden an und fürchten um ihre ökonomische Existenzgrundlage und fürchten die Insolvenz. Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, Veranstaltungstechniker, Caterer, den Messebau, viele Soloselbstständige, deren Aufträge wegbrechen, gerade im Bereich von Veranstaltungen. Auch kleine Geschäfte und andere Einzelhändler haben weiterhin Probleme. Viele Gastronomen mit kleinen Räumlichkeiten können überhaupt nicht wirtschaftlich arbeiten. Der Tourismus- und touristische Busunternehmen können ihre Busse nicht wirtschaftlich einsetzen. Denken wir an die Reisebüros, die auch noch die enormen Rückforderungen von Provisionen nach Stornierungen schultern müssen, oder die Beschäftigten am Flughafen, am Boden und in der Luft. Es sind viele Bereiche betroffen, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Es sind nicht gewinnorientierte Unternehmen z. B. Vereine, die Kinderschwimmkurse anbieten oder auf Honorarbasis beschäftigte Kursleiterinnen in Sport- und Fitnessstudios. Menschen, die derzeit in ihrem konkreten Arbeitsumfeld nicht arbeiten können oder aber einfach kein wirtschaftliches Geschäftsmodell angesichts der Einschränkungen realisieren können. Ich füge hinzu, dass es aus guten Gründen des Infektionsschutzes ist. Das ist vollkommen klar. Aber es stellt Menschen vor größte ökonomische Probleme. Für all diese Menschen muss es eine verlässliche Unterstützung geben. Das ist eine Frage der Prioritäten. Es ist eine Verteilungsfrage. Wem kommen die Lockerungen zugute und wem die wirtschaftlichen Hilfen? Da haben wir schon eine Schieflage, wenn bei Geldspritzen an Großunternehmen, die Milliarden locker sitzen und schon wieder über Abfahrprämien für die Automobilindustrie diskutiert wird, aber ein paar Tausend € Soforthilfe für Soloselbstständige, denen bürokratische Regeln im Wege stehen. Dass in der Union in dieser Zeit alles Ernstes auch noch eine Senkung des ohnehin kläglichen Mindestlohns diskutiert wird, das ist wirklich beschämend. Das ist auch ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die sie vor einigen Wochen noch beklatscht haben. Gerade im Einzelhandel arbeiten viele Menschen zum Mindestlohn. Der Staat verhandelt mit der Lufthansa darüber, unter welchen Bedingungen er sie retten darf. Und heraus kommt ein teurer Deal, der dem Staat keinen Einfluss sichert und den Beschäftigten die Arbeitsplätze nicht garantiert. Ja, Herr Minister, ich hätte mir in der Tat gewünscht, dass sich an der Stelle bei der Bundesregierung stark gemacht hätten für die Beschäftigten der Lufthansa und für eine Garantie zum Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Bei der Bahn verlangt der Bund als Eigentümer für Zuschüsse sogar immense Kürzungen beim Personal und den Sachausgaben. Dabei haben wir doch in den letzten Jahren gesehen, wie die Bahn kaputtgespart wurde. Das ist vollkommen falsch, auch wenn wir über Verkehrswende reden, bei der Bahn zu kürzen. Deshalb gilt unsere Solidarität den Beschäftigten, die in den letzten Jahren genug Einschnitte hinnehmen mussten, meine Damen und Herren. Statt Debatten über Arbeitszeitverlängerung, über Sonntagsarbeit, Mindestlohn, Senkung und Sozialkürzung ist eine einmalige Corona-Vermögensabgabe zur Krisenbewältigung von den Superreichen notwendig, damit die Kosten der Krise nicht wieder denen aufgeheizt werden, die ohnehin kaum etwas haben. Um der Rezession entgegenzusteuern, müssen wir uns dauerhaft von der Schuldenbremse verabschieden. Wir brauchen ein groß angelegtes Zukunftsinvestitionsprogramm für Klimaschutz und soziale Infrastruktur, wie es auch der DGB vorschlägt. Meine Damen und Herren, fordern wir von der Landesregierung, ein solches Programm auszuarbeiten. Die Soforthilfen waren für drei Monate vorgesehen, für März, April und Mai. Sie waren dafür schon knapp bemessen. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Man kann den Leuten nicht sagen, ihr dürft jetzt wieder, hier sind die Auflagen, ihr tragt die Verantwortung für die Risiken, viel Glück. Viel Glück. Wir brauchen in vielen Bereichen eine Anschlussunterstützung, um Pleiten abzuwenden und die Jobs zu erhalten, die vor zwei Monaten für hunderte Millionen € erhalten wurden. Wir müssen das Kurzarbeitergeld aufstocken und die Lohnfortzahlung wegen Kinderbetreuung ausbauen. Auch dafür sollte sich die Landesregierung auf Bundesebene einsetzen. Auch für die aktuellen und zukünftigen Auszubildenden und deren Betriebe braucht es Unterstützung. Es wäre gut, wenn Sie dazu noch etwas sagen könnten, Herr Minister, zum Beispiel ein Ausbildungsboni für Unternehmen, die Auszubildende aus Insolvenzbetrieben übernehmen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Corona-Krise trifft alle, aber sie trifft nicht alle gleich hart. Wer vor der Krise schon kaum über die Runden kam, den trifft diese Krise besonders. Solidarität mit den gesundheitlichen und den wirtschaftlichen Risikogruppen heißt gerechte Verteilung der Soforthilfen, aber auch der Kosten für diese Krise, damit die soziale Ungleichheit in diesem Land nicht immer weiter wächst. Wir wollen kein Zurück zu einer Normalität der sozialen Ungerechtigkeit, sondern eine solidarische Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft. Da gehen Gesundheitsschutz und ökonomische Absicherung Hand in Hand. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. – Das Wort hat der Abg. Müller, CDU-Fraktion. Michael, bitte. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Tag 3 des ministeriellen Bashings der Opposition in dieser Woche. Es ist faszinierend, was alles hier einfällt und was alles so gesagt wird. Das ist unfassbar. Ich hätte mir einmal vorgestellt – Sie haben sich gestern schon darüber aufgeregt, dass man von Ihnen verlangt hat, dass Sie auch einmal Vorschläge machen. Das sei nicht Aufgabe der Opposition, sondern nur der Regierung. Ich habe das früher immer einmal anders verstanden. Aber vielleicht ist das, was man lernt, etwas anderes. Herr Kollege Dr. Naas, Ihre Vorstellung von Wirtschaftspolitik finde ich faszinierend. Der Minister soll Pressemitteilungen auf seiner Seite machen. Ich habe noch in Erinnerung aus den letzten Plenumssitzungen, wie Sie sich über Pressemitteilungen der Minister in Hessen aufgeregt haben. Sie sollen lieber etwas anderes tun als Pressemitteilungen machen. Ich finde, Pressemitteilungen sind hübsch, sind schick, aber Pressemitteilungen wirken nur bedingt. Das weiß der hessische Staatsminister für Wirtschaft sehr genau. Herr Kollege Naas, Sie haben in Ihrem Antrag darüber diskutiert, dass man Hintergrundgespräche führt. Nichts anderes ist zurzeit wichtiger wichtiger, als Gespräche zu führen. Die beste Wirtschaftspolitik, die allerbeste Wirtschaftspolitik zurzeit ist der Infektionsschutz. Unsere Unternehmen in Hessen leiden auch darunter, dass wir in Hessen unterbrochene Lieferketten haben, dass der Flughafen Frankfurt – das beste Argument von Ihnen – er soll dafür sorgen, dass der Flughafen Frankfurt offen ist und die Flüge fliegen. 300 Ziele weltweit, Herr Naas, das Dumme ist nur, von den 300 Zielen sind 275 gar nicht mehr erreichbar, weil die Flughäfen zu sind. Da sagen Sie, der hessische Wirtschaftsminister soll den Flughafen aufmachen. Soll er selbst da flattern oder irgendetwas tun? Das ist doch unfassbar. Das hat doch nichts damit zu tun, mit solider Wirtschaftspolitik. Lieber Herr Kollege Naas, setzen Sie sich doch damit auseinander. Lesen Sie doch nicht einmal auf der Seite des Ministeriums. Lesen Sie doch einmal auf den Seiten der IHKs. Lesen Sie doch einmal die Statistiken und die Umfragen der hessischen IHKs. Da stellen Sie Folgendes fest. Über 80 % der hessischen Unternehmer sind hoch zufrieden mit der punktgenauen Förderung des Landes Hessen für die hessischen Unternehmer. Lieber Herr Naas, vielleicht muss man selbstständig sein, um das zu verstehen. Selbstständige ticken etwas anders. Sie ticken so, dass man sagt, lasst uns nach Möglichkeit in Ruhe, helft uns, wenn wir fragen, und wenn ihr uns helft, dann lasst uns wieder danach in Ruhe. Dann können wir am besten arbeiten. Das ist Wirtschaftspolitik. Wenn Wirtschaftspolitik Ihrer Meinung nach durch Pressemitteilungen erfolgt, wie bei der Lufthansa, dann muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, dann haben Sie nicht wirklich verstanden, was da funktioniert. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Dr. Naas, wo war er denn da? Das ist die momentane Stimmung hier. Sie tun so, als wenn diese Krise vorbei ist. Wir sind in Europa mittendrin, und Sie haben in der Automobilindustrie – Sie sprechen von VW und Opel – zurzeit keine Lieferketten. Sie haben sie nicht mehr, weil aus Italien, weil aus Spanien, weil aus Frankreich in diesem Moment nichts ankommt, was Sie brauchen, um zu produzieren. Das ist doch die Situation, die wir weltweit haben. Sie erinnern sich an Ihren eigenen Vorwurf, es sei ein Skandal, dass wir keine Masken bekommen, weil die Container aus China nicht mehr ankommen. Woran liegt es denn? Sicherlich nicht an dem Wirtschaftsminister, sondern ich glaube, man nennt es Corona und Krise. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn passiert? Schauen wir uns das doch tatsächlich an. Wir haben in Hessen – darauf bin ich stolz – punktgenau überlegt, wie man Unternehmen helfen kann. Wie kann man sie mit Liquidität versorgen? Wie kann man sie damit versorgen, dass sie funktionsfähig bleiben, obwohl sie möglicherweise auch gar nicht produzieren können? Das ist geschehen mit Kreditprogrammen. Das ist geschehen mit Förderungen. Das ist geschehen mit Erleichterungen, beispielsweise im Bankverkehr und anderen Dingen. Richtig ist auch, ein großer Teil der Rahmenbedingungen werden nicht in Hessen gesetzt, sondern in der Bundesrepublik Deutschland. Dies zu verleugnen, ist doch zu verkennen, in welcher Funktion und in welcher Situation sich Hessen befindet. Hessen ist das Durchgangsland der Bundesrepublik Deutschland und insoweit abhängig von allem, was rundherum passiert. Wissen Sie, das Allerschärfste finde ich immer, die Soloselbstständigen vorne heranzustellen. Die sind wichtig. Um die haben wir uns gekümmert. Um die müssen wir uns kümmern. Nur, wir haben in Hessen 3,5 Millionen Menschen in Lohn und Brot. Denen stehen 10.000 Menschen gegenüber. Die Soloselbstständigen sind in etwa statistisch jetzt freigeschätzt. Das ist wichtig. Aber wichtig ist auch, dass wir die anderen Menschen in Lohn und Brot halten. Das ist etwas, was die Hessische Landesregierung tut und was sich die Hessische Landesregierung vorgenommen hat. Ich bin stolz darauf und froh, dass wir einen hessischen Wirtschaftsminister haben, der verstanden hat, dass Wirtschaft nicht durch Lautsprecheransagen funktioniert. Ich bin froh, dass wir ein Team haben, aus dem Ministerpräsidenten und dem Wirtschaftsminister, das Land voranbringen und nicht nur immer meckern, sondern im Prinzip die Zukunft im Ziel haben. Das ist gut so. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Müller. – Das Wort hat der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist zwei Monate her, dass wir hier in diesem Plenarsaal in sehr großer Ernsthaftigkeit und übrigens auch in sehr großer Einmütigkeit einen Nachtragshaushalt diskutiert und beschlossen haben, der auf die Krise reagiert hat. Ich weiß, dass wir damals nach dieser Debatte manche Diskussionen geführt haben. Es gab viele, mit denen ich gesprochen habe, die waren beeindruckt von der Ernsthaftigkeit, mit der am Ende die Demokratinnen und Demokraten parteiübergreifend und jenseits ihrer unterschiedlichen Rollen in Regierung und Opposition mit dieser größten Herausforderung seit Gründung des Landes Hessen umgegangen sind. Ich gebe zu – manche wissen das, es sind auch manche aus der Opposition dabei, denen ich das damals schon prophezeit habe – ich habe damals gesagt, macht ihr keine Illusionen, es dauert zwei Monate, und dann sind wir auf dem üblichen Niveau angekommen. Ich muss sagen, leider zeigt das diese Aktuelle Stunde, und ich bedauere das ausdrücklich. Ich will vielleicht noch einmal zurückerinnern. Der Lockdown war eine Reaktion auf die Corona-Virus-Pandemie, auf die globale Pandemie. Der Lockdown war nötig, er war richtig und er war auch erfolgreich. Aber er hat hohe Kosten, gesellschaftliche Kosten, denken wir an Bildung und Betreuung, aber auch ökonomische und soziale Kosten. Natürlich müssen wir alles dafür tun, dem entgegenzuwirken, entgegenzuarbeiten. Das tun wir auch. Ich will das vielleicht auch sagen, und wir ermöglichen auch das, was wir für verantwortbar halten. Aber auch ein zweiter Lockdown, wenn eine zweite Welle käme, hätte übrigens ökonomisch noch viel dramatischere Folgen, weil dann nämlich vielen Unternehmern im wahrsten Sinne des Wortes die Luft und dann auch der Mut ausgeht, weil sie sagen, noch einmal halten wir das nicht aus. Deswegen ist übrigens auch Infektions- und Gesundheitsschutz gute Wirtschaftspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will das sagen, ich habe schon einmal gesagt, Freiheit und Verantwortung sind Geschwister. Das Problem der FDP ist, dass sie oft die Verantwortung vergisst. Das merkt man übrigens auch an dieser Aktuellen Stunde, Herr Naas. Ich will noch einmal zu dem, was wir gemacht haben. Diese Forthilfeprogramme kann ich einmal sagen. Wir haben, Stand gestern, fast 100.000 Anträge bewilligt. Wir sind jetzt in der letzten Woche, wo das abgewickelt wird. Da werden noch ein paar dazukommen, fast 900 Millionen € ausgezahlt. Ehrlich gesagt, schauen Sie einmal in Nachbarländer, wo es FDP-Wirtschaftsminister gibt. Wir stocken das auf. Das macht Rheinland-Pfalz nicht beim Kollegen Wissing. Ich kritisiere das. Ich stelle es nur fest. Zum Glück waren wir ein paar Tage später als NRW. Wir haben die Zeit genutzt, uns gut vorzubereiten. Deswegen ist uns im Gegensatz zum Kollegen Pinkwart auch systematischer Betrugsversuch und Auszahlungsstopp erspart geblieben. Ich glaube, an dieser Stelle muss sich die hessische Wirtschaftspolitik und die hessische Verwaltung überhaupt nicht verstecken, auch im Vergleich mit anderen, Herr Naas. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und DIE LINKE Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und DIE LINKE Bei der Mikroliquidität, die wir als hessisches Programm über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank aufgelegt haben, haben wir Stand gestern schon 3.400 Bewilligungen einer Auszahlungssumme von mehr als 100 Millionen €. Das ist ein sehr erfolgreiches Programm, das übrigens auch im Vergleich mit anderen Ländern beispielhaft ist, weil andere sich anschauen, wie wir das gemacht haben. Natürlich diskutieren wir gerade über die Soforthilfe 2 in bestimmten Bereichen, denn manche Bereiche sind immer noch nicht frei in ihrer wirtschaftlichen Aktivität oder haben das Problem, dass die Nachfrage weiterhin nicht da ist. Staatssekretär Philipp Nimmermann ist jetzt gerade bei der Amtschefkonferenz im Wirtschaftsministerium in Berlin, wo alle 16 Wirtschaftsministerien mit dem Bundeswirtschaftsministerium über die Grundzüge von dem reden, was der Bund plant. Das werden wir genauso machen, wie wir es beim ersten Mal gemacht haben. Wir schauen, was der Bund auf den Weg bringt. Dann schauen wir, wo Lücken sind und wo noch etwas fehlt, und dann handeln wir als Hessische Landesregierung. Das war beim ersten Mal richtig, und das ist auch jetzt richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann fragt man sich, warum dann diese Aktuelle Stunde? Ich sage ja, wir sind auf dem üblichen Niveau angekommen. Aber natürlich, ich bin ja auch aufmerksamer Zeitungsleser, Sie lesen das vorletzten Sonntag in der FAS. Wo ist eigentlich die FDP? Dann versucht man, sich irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, und dann schreibt man so etwas dahin, politische Quarantäne des Wirtschaftsministers beenden. Wissen Sie, mir ist es wurscht. Ehrlich gesagt, wenn Sie die letzte Legislaturperiode anschauen, erst Rentsch, dann Rock, erst Lenders, dann Naas. Die FDP arbeitet sich immer an mir ab. Ich sage jetzt einmal, schauen Sie sich das Wahlergebnis an. Es war nicht sonderlich erfolgreich, aber das nur nebenbei. Also, Sie müssten einmal überlegen, ob das eigentlich die richtige Strategie ist. Aber das ist Ihre Entscheidung, nicht meine. Nur wissen Sie, wenn man weiß, wie viele Menschen gerade wirklich in Quarantäne sind und was das bedeutet, dann, finde ich, müssten Sie noch einmal darüber nachdenken, ob das eigentlich der richtige Titel ist. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, DIE LINKE, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Da war gerade einer in Quarantäne, ganz ernsthaft. Wissen Sie, wenn ich weiß, wie viele hunderte Menschen in der hessischen Verwaltung, in den Regierungspräsidien wirklich Tag und Nacht, Wochenends und Feiertags gearbeitet haben, und die hören dann, dass irgendjemand denkt, dass Hessen gar nichts macht, können Sie sich vorstellen, denken Sie einmal darüber nach. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Wir waren weder adelig noch proletarisch, also waren wir eigentlich immer schon bürgerlich, zu sagen, geschenkt. Aber wissen Sie, was eigentlich Bürgerlichkeit ausmacht? Bürgerlichkeit macht aus, dass man gar nicht lange darüber nachdenken muss, sondern ein gewisses Grundgespür dafür hat, was man tut und was man besser nicht tut. Also denken Sie noch einmal darüber nach. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt AfD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt Freie Demokraten und DIE LINKE Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Dicke, SPD-Fraktion. Zwei Minuten. Herr Präsident, vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, noch ein paar kurze Anmerkungen zu dem Vorredner. Ich will anfangen bei dem Minister Al-Wazir. Ich will das einmal für meine Fraktion hier klarstellen. Wir sind uns natürlich sehr bewusst, wie wichtig der Schutz ist, untereinander, füreinander. Deswegen ist das für uns immer die Priorität Nummer eins. Darum geht es, um das einmal klipp und klarzustellen an der Stelle. Zweitens will ich klipp und klarstellen, dass das für uns jetzt hier, auch wenn es eine aktuelle Stunde ist, keine Schaunummer ist. Diese SPD-Landtagsfraktion war sich von Anfang an der Schwedien-Situation bewusst und der Ernsthaftigkeit. Deswegen will ich an der Stelle auch noch einmal betonen, dass wir auch genau aus diesem Grunde dafür gesorgt haben als SPD-Fraktion und nicht als Einzige, dass alle die notwendigen haushalterischen Dinge, die einzuleiten waren, auch entsprechende Mehrheiten bekommen haben in diesem Hause. Das will ich für meine Fraktion noch einmal klarstellen und betonen, dass wir unserer Verantwortung hier voll bewusst geworden sind. Ich will als Drittes anfügen, der Hinweis auf die Bundesländer. Sie führen immer dann andere Bundesländer an, wenn irgendetwas anderes ist, schlechter vermeintlich als in Hessen. Ich will Ihnen mal ein anderes Beispiel nennen, Soloselbstständige. Das Stichwort ist gefallen. Baden-Württemberg, Hamburg haben ein eigenes Programm für Soloselbstständige aus eigenen Landesmitteln auf den Weg gebracht. Aber das erwähnen Sie an der Stelle nicht. Das bedauern wir, das erfordern wir uns aber auch weiter. Das ist ganz klar für uns. Worum es jetzt geht, die Soforthilfen, das sind wir uns alle einig, auch mit Ihnen, auch mit der Landesregierung, haben geholfen. Es war ein gewaltiger Akt, auf der Bundes- und auf der Landesebene das umzusetzen. Auch das haben wir alle mitgetragen, weil wir wussten, dass es notwendig ist. Aber jetzt geht es darum, dass wir für nachhaltige Hilfen sorgen. Manche von Ihnen waren ja mit draußen bei den Busunternehmen, als Sie da gestreikt haben. Da ist letzte Rille angesagt, auch in vielen anderen Branchen. Um die geht es jetzt. Da muss das Land Hessen nicht nur auf den Bund warten. Es ist in Ordnung, wenn Sie mit dem Bund marschieren. Aber das ist jetzt, Kollege Müller, unser konkreter Vorschlag. Unser konkreter Vorschlag lautet, ihr müsst jetzt schon anfangen zu arbeiten, dass ihr ein ergänzendes Soforthilfeprogramm in der zweiten Welle auf den Weg bringt. Darum geht es, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. An der Stelle will ich das noch einmal sehr hart machen. Es gibt die Branche Touristik, es gibt die Branche Gastronomie, es gibt die ganze Eventbranche, es gibt die Schausteller und es gibt natürlich nach wie vor die vielen kleinen Studios, auch von Fitness bis Gesundheit, die leiden. Die müssen wir unterstützen. Deswegen fordern wir von Ihnen, dass Sie jetzt tätig werden und nicht nur warten, bis der Bund entweder mit irgendwelchen Richtlinien kommt, dann sind wir nämlich im September, und dann sind die Betriebe kaputt. Das fordern wir von Ihnen. – Herzlichen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD – Vielen Dank. – Das Wort hat der Kollege René Rock, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Sie müssten einfach einmal versuchen, nicht alles nur persönlich zu nehmen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Es dreht sich nicht alles um Sie, sondern es dreht sich um das Land Hessen. Es dreht sich darum, was in dieser Wirtschaft im Land Hessen los ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Es geht nicht um Sie, um Ihr Wahlergebnis und wer mit Ihnen in der Kritik ist oder wer nicht, sondern die Hessen haben ein Recht darauf zu erfahren, was sie denn für die Zukunft in diesem Land planen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Sie hatten hier die Chance, einmal zu sagen, das, was SPD und FDP an Ihnen kritisiert haben, können Sie Lügenstrafe, indem Sie hier einmal sagen, was wollen Sie denn für die hessische Wirtschaft machen. Was machen Sie? Ich habe ein tolles Wahlergebnis gehabt, einen Zeitungsartikel hochzuhalten und im Endeffekt immer wieder irgendwelche anderen Bundesländer aufzuhalten. Nein, wir wollen wissen, was für Hessen Ihr Plan ist. Was haben Sie für Hessen? Hessen hat einen Flughafen, das haben die anderen nicht, vielleicht Bayern noch. Wir haben eine Pharmaindustrie, wir haben einen Finanzstandort, wir haben einen großen Messestandort. Hessen ist besonders. Darum hat Hessen einen eigenen Wirtschaftsminister und läuft nicht einfach Berlin her. Was ist Ihr Plan für Hessen? Das wollten wir heute wissen. Es war Fehlanzeige, es war wie immer ein Kreisel um Tarek Al-Wazir selbst, um Ihre Wahlergebnisse, um was in der Zeitung steht. Das interessiert uns nicht, das können wir selbst lesen. Das Wahlergebnis haben wir erlitten. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das interessiert die Hessen heute auch nicht mehr, sondern die Hessen interessiert, was sie für Hessen tun. Da haben Sie heute nichts gesagt, und das war leider eine totale Fehlleistung von Ihnen. Vielen Dank. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Andreas Lichert, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Es kam wieder, wie es kommen musste. Wir sind jetzt wieder auf einem ziemlich hypermoralischen Niveau angelangt. Jeder, der sagt, wir brauchen – nein, mit Hypermoral können wir tatsächlich nichts anfangen, mit Moral aber sehr wohl. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Der entscheidende Punkt ist mit dem Argument, man dürfe wegen Corona den Infektionsschutz nicht vernachlässigen. Damit können Sie natürlich alles plattmachen und planieren. Das tun Sie ja auch. Aber das ist im Grunde genommen nicht das Thema, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Wenn man jetzt behauptet, die Probleme der deutschen Industrie bestimmten erst seit Corona, dann ist das entweder ein Zeichen von schlichtem Unwissen oder es ist eine zweckdämliche Lüge. Suchen Sie es sich aus, aber es hat jedenfalls keinen Ausweis von Sachverstand. Die deutsche Industrie befindet sich seit anderthalb Jahren in der Rezession. Was natürlich auch gerade Hessen betrifft, es ist nicht lange her, da waren die drei größten industriellen Arbeitgeber in Hessen allesamt unternehmen der Automobilbranche. Trotzdem findet hier ein Kreuzzug gegen die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat ja weiß Gott genug Fehler gemacht. Wir erinnern uns jetzt an die kürzlich ergangenen Urteile gegen VW. Das wollen wir auch nicht beschönigen, aber trotzdem gewissermaßen diesen Kreuzzug gegen die deutsche Schlüsselindustrie zu führen. Wie können Sie es wagen? Da muss man doch gerade unter den Vorzeichen von Corona umdenken. Aber nein, es wird jetzt gewissermaßen ideologisch durchgedrückt, dass wir die Elektromobilität brauchen. Natürlich brechen jetzt bei vielen schon Begehrlichkeiten auf, dass man jetzt im Zuge von irgendwelchen Konjunkturprogrammen usw. noch mehr ihrer ideologiegetriebenen Projekte verwirklichen will. Das wird unseren entschiedenen Widerstand ernten, und das wird Sie hoffentlich nicht überraschen. Aber dabei machen wir nicht mit, und wir werden nicht die deutsche Industrie ihrer Ideologie opfern. Danke schön. Beifall SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, DIE LINKE, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE, Der Kollege Müller kann es gleich. Erholt einen Zettel. Ja, erholt einen Zettel. Da braucht es nur zwei Minuten. Da braucht es nicht so viele Zettel. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Rock, der sagt, mein Zettel sei leer. Herr Rock, ich will ja auf Sie erwidern. Infolgedessen will ich Folgendes sagen, Herr Decker, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das so sachlich gesagt haben. Ich finde das in Ordnung. Lassen Sie uns ringen, streiten und überlegen, welchen Weg wir richtig finden. Aber, lieber Herr Rock, hätten Sie doch heute einmal – Sie haben geschrieben, Plan für Hessen. Wo ist Ihr Plan für Hessen? – Wissen Sie, ich habe Ihren Antrag auf dem anderen Zettel durchgelesen, der auch ziemlich leer war. Da steht, den Minister aus der Quarantäne holen. Da steht nichts vom Plan für Hessen. Ihre Absicht ist doch eine andere, und das müssen wir einmal deutlich sagen. Ihre Absicht ist doch gar nicht – Sie wollen doch gar nicht inhaltlich diskutieren über den Plan für Hessen –, nein, Sie wollen deutlich machen, dass dieser Minister Ihnen an dieser Stelle nicht passt. Ehrlicherweise passt einem immer nur das nicht, was einen stört, vielleicht zu erfolgreich ist, keine Ahnung. Aber jedenfalls Fakt ist, Sie wollen da nicht den Plan für Hessen hören. Sie wollen das Bashing Tag 3 durchführen und deutlich machen, der Minister bringt es nicht. Ich sage Ihnen ganz offen, wir sind der Meinung, diese Landesregierung bringt es sehr wohl. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD und DIE LINKE – und deshalb wiederhole ich mich gerne noch einmal. Vielleicht kommt es ja an. Dann lesen Sie sich die Umfragen der hessischen Industrie- und Handelskammern durch. Dann lesen Sie sich durch, was die hessische Handwerkskammer zur Wirtschaftspolitik des Landes Hessen schreibt. Deshalb wundert mich nicht, dass auf dem Antrag steht, den Minister aus der Quarantäne holen. Ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, der ist überall nur nicht in Quarantäne. Deshalb sind die Umfragen der Handwerker und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, übrigens auch der Unternehmen, für die Wirtschaftspolitik positiv. Das ist gut so. Das andere, was Sie wollen, den Plan für Hessen, dann bitte. Aber nur sagen, was schlecht ist, nur sagen, was nicht ist, ist kein Plan. Wir sagen Ihnen, wir unterstützen die Unternehmen, wo sie es brauchen, und das ist gut so. Deshalb ist Hessen auch da, wo es ist, nämlich an der Spitze in der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank, Kollege Müller. – Das Wort hat der Abg. Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eine gute Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, welchem Schema die Argumentation der FDP eigentlich in den vergangenen drei Tagen und in den vergangenen Plenarrunden folgt. Sie bauen einen Popanz auf, Sie behaupten irgendetwas, bar jeder Realität, z. B. jetzt die Forderung, machen Sie den Flughafen aus. Der Flughafen ist überhaupt nicht geschlossen, Herr Kollege Naas, er ist überhaupt nicht geschlossen. Sie bauen einen Popanz auf, behaupten etwas, wieder besseres Wissen, um dann zu argumentieren, warum Ihre Falschbehauptung von der Landesregierung nicht erfüllt wird. Das ist doch absurd, Herr Kollege Naas. Es ist doch wirklich absurd, Herr Kollege Naas. Es ist absurd. Dann werden Sie dabei erwischt, dass Sie einfach etwas behaupten, das nicht stimmt. Dann kommen die Allzweckwache der FDP, der Fraktionsvorsitzende René Rock. Wenn es kein inhaltliches Argument mehr gibt, dann reden Sie nur noch persönlich. Dann greifen Sie nur noch persönlich an. Das leiten Sie auch noch ein, Herr Kollege Rock, mit der Bemerkung, andere würden nur über Ihre Person reden. Sie haben sich hier nur zwei Minuten an dem Wirtschaftsminister und an der Person abgearbeitet, ohne ein einziges inhaltliches Argument. Beifall CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich finde das geradezu unverschämt, angesichts der Rettung von Condormitbürgschaften, angesichts der Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft, die Kurzarbeiterprogramme, die Wirtschaftshilfsprogramme, die Programme, die jetzt für den Nachtragshaushalt vorbereitet werden. Das macht die Landesregierung jeden Tag, und dann ist es wirklich etwas Narsforsch, was Sie hier heute abgeliefert haben. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Vielen Dank, Kollege Wagner. – Nächste Rednerin ist Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Janine, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde, wir sollten vielleicht, wenn wir über die Situation der Wirtschaft in Hessen sprechen und über die Situation der Beschäftigten in Hessen, vielleicht ein ganz bisschen weniger über eigene Befindlichkeiten reden und weniger über uns als wirklich über die Situation der Menschen im Land und der Sorgen, die es da gibt. Denen Menschen ist nun einmal nicht geholfen, wenn man sich hier hinstellt und sagt, Hessen ist spitze, Hessen ist super, und Hessen hat die beste Landesregierung des Universums. – Diesen Menschen ist damit nicht geholfen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Auch auf Probleme hinzuweisen, die Landesregierung zu kritisieren und auch nachzufragen, was die Landesregierung macht, Herr Wagner, ist nicht unverschämt. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Auch Kritik an der Landesregierung ist nicht unverschämt. Unsere Kritik an der Landesregierung ist bekanntlich eine etwas anders gelagerte als die bei der FDP, also in Wirtschaftsfragen schon dreimal. Aber hier die Probleme zu benennen, gerade in dieser Krise, die für uns alle neu ist, wo Problemlagen entstehen, und nachzufragen, was die Landesregierung in diesen Bereichen macht, ist nicht unverschämt, sondern Aufgabe des Parlaments. Deswegen will ich das noch einmal konkret machen. Ich habe in meiner Rede eben das Thema Auszubildende angesprochen. Ja, es würde mich interessieren, was das Wirtschaftsministerium beim Thema Ausbildung und Sicherheit macht. – Herr Wagner, Sie wissen das, Herr Wagner, ist ja schön, dann lassen Sie uns das doch diskutieren. Was machen wir denn für die derzeitigen Auszubildenden, für die Auszubildenden, die jetzt im Sommer ihre Ausbildung anfangen? Wie schaffen wir das auch, Unternehmen zu unterstützen, die jetzt vielleicht in die Insolvenz gehen, die einen Großteil in Kurzarbeit haben, dass wir die dabei unterstützen? Wie können wir den Beschäftigten eine Perspektive bringen? Es ist doch klar, dass die Regelungen, die wir jetzt haben, und wir haben das unterstützt, Herr Wagner, wir haben den Nachtragshaushalt mit unterstützt, und damit auch die Sofortprogramme unterstützt. Aber sie sind für drei Monate angelegt, und wir haben einfach Branchen, in denen diese Krise noch weitergeht und weiter andauert. Deswegen, finde ich, sollten wir darüber in diesem Haus diskutieren und weniger über die eigenen Befindlichkeiten diskutieren. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. – Meine Damen und Herren, das war die erste Aktuelle Stunde.